Heute ernten wir unsere ersten Pinnoir-Trauben im Leislamachstühl. Pinnoir 777-Klon auf dem Lössboden. Hier in der Ost-West-Zeitung hat es die Südseite schon sehr, sehr stark eingetrocknet. Dieses Wochenende wird es auch ein bisschen regnen, deswegen sind wir hier draußen und tun ganz penibel exakt Bären sortieren, Trauben ernten. Die schöne Schrumpelten und die gesunden kommen in den Eimer. Der Rest muss leider aussortiert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017